Okay, alle mal herhören. Vor uns ist ein Sandsturm. Qixing, hast du nicht gesagt, das Wetter sieht gut aus? Ich hab die Daten die ganze Zeit im Auge. Die Wahrscheinlichkeit für einen Sandsturm ist gleich null. Wenn wir nicht weiterfahren, verpassen wir das Zeitfenster. Qixing und Yang, schließ sofort die Luken. Wir müssen da so schnell es geht durch. Dieser Sandsturm ist sehr ungewöhnlich. Aimi? 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 Hörst du mich? Ich hör auch nichts. Yanwei? Yan? Komisch, das Signal ist weg. Hey, was ist das? Was? Tut mir leid, ich dachte, ich hätte was gesehen. Gut, ich gad! Ich habe hier einen Tag. Herz Secretik! Untertitelung des ZDF, 2020